Ich glaube, schaffe ich vielleicht ein bisschen die Bonnen-Horben? Ob diese politische Autoreisen? Also wie man unschwer erkennen kann, wenn das irgendwann mal fertig ist, Betonung liegt auf irgendeinem anderen, dann soll das der Dodge Charger von Vin Diesel werden aus Fast & Furious. Let's build together. Ich sage früher, auch heute noch, und früher noch weniger, hat mich die Geduld verlegt. Ich habe die ersten 20 Minuten und dann habe ich alles irgendwo hingeschmissen und alle, die mit mir gebaut haben, waren sauer. Ich hatte mal richtig Spaß, ich hatte damals in Nacht bald noch in der Grundschule einen Kindergarten, und mit dem haben wir komplett Hogwarts gebaut. Komplett Hogwarts? Ja, ich hatte das zu Weihnachten geschenkt bekommen, beziehungsweise wir haben uns das gemeinsam gewünscht und er hat es von seinen Eltern bekommen. Das denke ich auf jeden Fall. Also, wer Hogwarts hinkriegt, bekommt auch ein Auto hin. Das denke ich auf jeden Fall. Also, wer Hogwarts hinkriegt, bekommt auch ein Auto hin.